Achtung, dieses Video kann Spuren von Nüssen und Sarkasmus enthalten. Ja, hallo Leute, mein Name ist KillerWarlord247 und... Ach du Scheiße, ich soll ja gar nicht sagen, wer ich bin. Ja, jetzt, egal, jetzt lass ich die Aufnahme laufen und kann euch auch die ganze Geschichte erzählen. Es ist nämlich so, der Mega-Quest, der hat heute keine Zeit und gesagt, ich soll das Kommentary für ihn machen. Ich bin sein Bruder, ja, der KillerWarlord247, aber sagt dem jetzt auf keinen Fall, dass ich gesagt habe, dass ich nicht ein Mega-Quest bin. Dann bringt er mich um, er hat nämlich Angst, dass er dann disqualifiziert wird, wenn ich das jetzt mache. Und ja, er hat auf jeden Fall gesagt, ich soll am Anfang was zum Gameplay sagen, das macht er auch immer. Dann fällt das nicht so auf, das mache ich jetzt einfach mal und ihr seid einfach ruhig und ja, dann passiert auch, glaube ich, nichts. Das kriegt keiner mit dann. Und ich habe hier ein Gameplay von Mega-Quest auf der Map WMD mit der Kommando Schei gedämpft. Ja, als Killstreaks hat er dabei den Blackbird, den Chopper Gunner und die Hunde. Ja, und ich will dieses Kommentary mal nutzen, um ein sehr wichtiges Thema für mich loszuwerden. Ich meine, ich habe ja keinen eigenen YouTube-Kanal, ich kann also nicht kommentieren, habe da kein Publikum. Und das ist jetzt meine Chance, mal was vor einem großen Publikum zu präsentieren. Und egal, jetzt auch, wenn das Thema irgendwas anderes ist, ich werde das jetzt einfach mal erzählen. Denn ich denke mal, jeder von euch weiß, dass ab dem 15. die Gamescom wieder losgeht. Und darum soll es heute auch gehen, denn letztes Jahr über die Gamescom gab es so einen tollen Bericht im Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Sender der kam. Moment, ich überlege mal. LTR. Ja, genau, auf LTR kam dieser Bericht. Der war richtig gut, der hat mein Leben verändert und mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Also ihr müsst wissen, ich bin auch ein Gamer, genauso wie der Mega-Quest. Und ich saß gerade in meinem Keller, als dieser Bericht kam, habe eine Runde MW2 gezockt. Das weiß ich noch ganz genau, als wenn es gestern gewesen wäre. Und da habe ich extra Pause für gedrückt, als dieser Bericht dann kam. Habe den also dann geguckt und die haben da erstmal, habe ich mich total gewundert, weil die haben da Wörter benutzt. Die kannte ich gar nicht. Da waren Dusche, Deo und Leben und sowas dabei. Sowas habe ich noch nie gehört. Und natürlich habe ich danach erstmal ein Ründchen weitergezockt. Also ein Ründchen kennt ihr ja unter Gamern. Das sind so acht bis zehn Stunden. Das ist wirklich nicht viel. Das macht man mal locker. Das ging ruckzuck vorbei. Und danach habe ich mal ein bisschen geguckt, was das denn für Wörter waren, weil es mich echt interessiert. Mich interessiert sonst nie was, außer meine Abschussserien und meine KD. Sonst ist mir eigentlich alles scheißegal. Und so bin ich also aus meinem Keller raus. Und ich muss sagen, ich gehe nie aus diesem Keller raus. Also wirklich nie. Ich will meine Playstation halt nicht so lange alleine lassen. Und das Erste, was mir aufgefallen war, das war am Himmel. So ein helles Licht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe mir sagen lassen, das heißt irgendwie Sony oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall war es richtig hell, wie so eine riesige Lampe. Die hat wirklich alles beleuchtet. Also wirklich alles. Das war einfach richtig hell. Und ich war erstmal ziemlich fasziniert von diesem Ding. Allerdings ist mir dann später aufgefallen, dass man die gar nicht abschalten kann. Ja, die leuchtet die ganze Zeit. Und abends soll die wohl automatisch irgendwie dann dunkler werden. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da dachte ich dann erstmal, oh Gott. Das muss echt ein Idiot gewesen sein, der die da oben installiert hat. Ich meine, bei so einem hellen Licht, da kann man gar nicht zocken. Da sieht man einfach nichts. Wenn man da durchs Scope guckt, dann siehst du nichts. Also das ist völlig Schwachsinn, dieses Ding. Das könnt ihr vergessen. Also da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht drüber. Aber dann bin ich erstmal nach dieser Enttäuschung wieder zurück. Im Keller habe ich wieder zwei, drei Runden gezockt. Ihr kennt das. Und dann bin ich sogar nochmal raus. Also ich war richtig motiviert danach und bin dann nochmal wieder raus. Und da habe ich das erste Mal dann auch meinen Bruder kennengelernt, den Mega Quest. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Bruder habe. Der meinte wohl, der war schon öfter bei mir im Keller drin. Aber das merke ich natürlich nicht. Ihr kennt das ja, wenn man mit einem Headset zockt, dann ist es egal, wer da reinkommt. Man guckt da nicht hin. Man guckt weiter auf dem Bildschirm. Man will ja die KD hochhalten. Und man hört es auch nicht so genau mit diesem Headset auf. Da sagt man dann einfach nur Ja und raus. Und mehr will ich dann von denen eigentlich auch gar nicht. Ja, und den habe ich dann mal gefragt, ob er sowas kennt wie Dusche. Und er meinte dann, das heißt Dusche und nicht Dusche. Und dann hat er mir so einen Raum gezeigt. Ja, das war extra so ein Raum. Da waren so Fliesen an der Wand, hat er gesagt, dass das Fliesen sind. Ich habe ja bisher nur meine Tapete im Keller gesehen. Und da waren so komische Sachen. Da war so ein komisches Becken. Das nennt sich Waschbecken, aus dem kommt Wasser. Und in der Ecke, da war so eine komische Glaskabine. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich hatte richtig Angst, da reinzugehen. Ich wusste ja nicht, was mit mir passiert. Und dann bin ich da so rein. Und dann hat der Idiot einfach hier an so einem Hahn gezogen. Und dann kam da Wasser oben drauf. Also es war sehr mysteriös. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das ist halt so ein Schlauch. Und da ist dann noch so ein komisches Ding dran, so ein Stock. Und da kommt Wasser raus. Und ich weiß gar nicht, ich blende euch das einfach mal hier ein. Ich habe da so einen kleinen Videofilm von gemacht, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, weil das ist echt schwer zu erklären. Und ja, hier, guckt euch das einfach mal selber an hier. Ja, ich weiß, das sah jetzt ziemlich merkwürdig aus. Aber bitte guckt mal nach, ob ihr auch sowas habt. Das würde mich richtig interessieren. Ich meine, ihr müsst einfach mal aus eurem Zockerzimmer raus. Ich weiß, das ist ganz schwer, aber versucht es einfach mal. Und guckt mal, ob ihr auch sowas habt. Und schreibt mir das in die Kommentare. Das ist wirklich wichtig und interessiert mich brennend. Ich habe zwar auch schon meine Freunde gefragt, also ich habe eine Rundmeer im PSN geschrieben, ob die denn sowas wie eine Dusche kennen. Und viele von denen meinten, ja, sie kennen das. Und manche meinten auch so, hä, willst du mich verarschen? Ich wusste gar nicht, was das sollte. Und ich glaube denen auch nicht so richtig, dass die das haben. Ich meine, ich habe das schon mal im Spiel gesehen. In der MW2-Version gab es sowas am Rand, das sah so ähnlich aus wie diese Dusche. Aber ich hatte nie gedacht, dass es das in Wirklichkeit gibt. Also guckt mal bitte nach, ob nur wir das haben oder auch alle anderen. Ja, auf jeden Fall stand ich dann in dieser Dusche, wurde ganz schön nass. Sowas kannte ich auch gar nicht. Auf einmal habe ich auch nicht mehr so gestunken. Ich meine, wenn man immer im Keller sitzt und zockt, das merkt man dann vielleicht gar nicht, aber man stinkt nach einer Zeit irgendwie so. Und alle meinten so, oh, du riechst ganz gut. Und seitdem gehe ich jetzt einmal Monate unter. Also das lohnt sich wirklich. Guckt euch das mal an. Das kostet vielleicht dann 10 Minuten Zeit, die man nicht zocken kann. Aber das lohnt sich für mich. Ich finde, das ist richtig toll. Auf jeden Fall, als ich dann das erste Mal da unter stand, wurde mir offenbar ganz komisch. Die meinten alle, das wären Entzugserscheinungen. Also bin ich ganz schnell wieder in den Keller rein, habe eine Runde gezockt. Und da ging es mir auch ganz schnell besser. Meine KD, ja, die war immer noch ganz gut. Die ist ein bisschen schlechter geworden danach, weil ich einfach eine Pause gemacht habe. Das müsste einfach in Kauf nehmen. Ich weiß, das hört sich jetzt richtig, richtig hart an. Und es war auch für mich ein riesengroßer Schock. Und ich habe mir echt überlegt, gehe ich da nochmal raus oder nicht? Aber ja, ich habe mich überredet. Ich gehe jetzt ab und zu da hoch, wenigstens um zu duschen. Und dann habe ich noch eine ganz tolle Sache kennengelernt. Die stelle ich euch jetzt auch nochmal vor, weil das ist richtig toll. Und zwar habe ich das ja eben schon mal erwähnt. Das ist dieses sogenannte Deo. Also dann bei meinem sozusagen zweiten Ausflug. Das hat jetzt zwar wieder einen Monat gedauert, bis ich mich aufgerafft habe, weil ich wollte ja meine KD wieder hochtreiben. Das hat dann nach einer Zeit auch wieder geklappt. Und dann also nach einem Monat wieder da hoch, eigentlich nur um zu duschen. Da habe ich wieder meinen Bruder getroffen und habe ihn gefragt, weil es mir dann wieder eingefallen ist. Ich habe es ehrlich gesagt erst vergessen gehabt, was dieses Deo ist. Und er meinte auch, das spricht man auch so kurz aus wie Dusche. Und das nennt sich einfach nur Deo. Und da hat er mir so eine kleine Flasche gezeigt. Die war so aus Metall. Die konnte man so aufschrauben. Und dann kamen so Blumen aus der Flasche raus. Ich weiß nicht, das hat einfach ganz gut gerochen. Man darf es nicht direkt in den Nasen sprühen. Das habe ich auch gemacht. Das war keine gute Idee. Aber wenn man das irgendwo drauf sprüht, dann riecht das relativ gut. Und seitdem habe ich so eine auch neben meinem Controller stehen. Also immer, wenn gerade eine Runde vorbei ist, dann kann ich mich da mal kurz mit einsprühen. Das ist sozusagen die Dusche aus der Flasche, würde ich mal sagen. Und das ist richtig gut. Das ist für uns Gamer richtig toll. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil als Gamer, da hat man einfach keine Zeit, da hochzulaufen und zu duschen jeden Tag. Da nimmt man einfach diese Dusche aus der Flasche, sprüht sich damit kurz ein. Und das bringt fast das Gleiche. Also das kann ich euch nur empfehlen. Guckt da einfach mal nach. Also das ist das Tollste, was ich je erlebt habe. Ja, und dann habe ich natürlich erst mal weitergezockt, wie es sich natürlich auch gehört. Und das will ich jetzt auch machen, denn meine Hände zittern schon so wenig, da ich habe lange nicht mehr gezockt, jetzt diese Minuten, wo ich das Commentary aufgenommen habe. Und das will ich jetzt schnell mal wieder machen. Ja, nochmal zusammengefasst. Also dieser Bericht hat mich da so dazu gebracht, dass ich jetzt einmal im Monat dusche und jeden Tag Deo benutze. Also das kann ich jedem von euch nur empfehlen. Probiert das mal aus. Und ich denke mal, das wird euch auch viel helfen, genauso wie es mir geholfen hat. Und ja, ich muss jetzt schnell an meine Konsole. Ciao, Leute. Hi. Jo, da bin ich wieder. Hast du das Video schon fertig? Klar, gerade fertig geworden. Ja, sehr schön. Hast du denn auch gesagt, dass du ich wärst? Klar. Ja gut, die Leute sollen ja nicht merken, dass ich das nicht gemacht habe. Das kommt ja nicht gut an. Nee, nee, keine Sorge, keine Sorge. Ja gut, dann können wir es ja eigentlich schon hochladen. Ist es denn auch ganz lustig geworden? Ich meine, das Thema war ja Comedy. Comedy? Das habe ich voll vergessen. Scheiße. Wie? Du hast vergessen, dass das Thema Comedy war. Über was hast du nur geredet? Gamescom. Über die Gamescom? Mann, was soll denn der Scheiß? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben doch auch keine Zeit mehr, das neu zu machen. Guck mal auf die Uhr. Sorry. Jetzt müssen wir das nehmen. Tut mir leid. Egal, ich kann es mir noch niemals angucken. Ich lade es jetzt einfach so hoch und wenn ich jetzt wegen dir rausfliege, dann ist es halt so. Tut mir echt leid. Ja, das braucht ja jetzt auch gar nicht leid zu tun. Da kann man einfach nichts machen. Wir lassen es jetzt einfach so. Oh Mann, ey. Ja, ist gut, ich lade es jetzt hoch. Ja, Mann, was soll ich denn jetzt nochmal antun? Mir ist richtig, richtig leid.